Wir sprechen heute nicht über die gesundheitlichen Folgen der Corona-Krise, die noch immer sehr große sind. Nein, wir sprechen heute über die sozialen Folgen, wir sprechen über die Folgen am Arbeitsmarkt, weil Corona eben die Menschen nicht nur gesundheitlich trifft, sondern auch finanziell. Österreich ist leider unter jenen Ländern in Europa mit dem größten Wirtschaftseinbruch, minus 8 Prozent, so die Berechnungen. Und damit verschärft sich nicht nur die Situation wirtschaftlich, sondern vor allem auch auf dem heimischen Arbeitsmarkt. Seit Ausbruch der Corona-Krise ist die Arbeitslosigkeit in Österreich, und das muss man schon immer wieder betonen, doppelt so stark gestiegen wie im selben Zeitraum in Deutschland. Wir erleben derzeit einen Winter der Rekordarbeitslosigkeit, Zahlen so hoch wie seit 1946 nicht mehr in unserem Land. Über eine halbe Million Menschen, die keinen Job haben, seit Längerem zum Teil auch keinen Job haben, und mehr als 400.000 Menschen in Österreich, die in Kurzarbeit sind. Was macht die Pandemie, was macht die Krise in dieser Zeit? Sie verstärkt Probleme. Sie verstärkt Probleme, wenn es um den Arbeitsmarkt geht, vor allem dort, wo es Menschen schon vor der Krise schwer hatten, aus eigener Kraft am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, aus eigener Kraft einen Job zu finden. Ja, die Verlierer dieser Krise haben viele Gesichter, aber eines davon sind ganz klar vor allem Langzeitarbeitslose. Es sind rund 140.000 Menschen in Österreich, die schon länger als ein Jahr beschäftigungslos sind. Länger als ein Jahr beschäftigungslos. Und diese Zahl hat sich extrem erhöht in den letzten zwölf Monaten, nämlich um fast 50 Prozent, ist die Zahl der Beschäftigungslosen gegenüber dem Vergleichsjahr davor gestiegen. Und eines wird daran deutlich, dass sich der Arbeitsmarkt in so einer Krise nicht von selbst reguliert. Es wird auch deutlich, dass sich Arbeitslosigkeit, wenn es in solche Höhen schon gekommen ist, nicht von selbst verschwindet. Nein, es braucht entschlossenes, gezieltes politisches Handeln. Es braucht entschlossenes Handeln, um gegen diese Rekordarbeitslosigkeit erfolgreich vorzugehen. Es braucht Handeln, um wieder Chancen und Zuversicht den Menschen in Österreich zu geben. Menschen, die länger als ein Jahr, trotz aller Bemühungen, keinen Job bekommen, die brauchen Unterstützung, die brauchen eine ehrliche Chance. Wir wissen, dass es in dieser Krise verschiedene Knöpfe gibt, an denen gedreht werden muss. Die Wirtschaft muss gestärkt werden, sie muss angekurbelt werden durch gezielte, zukunftsweisende Konjunkturpakete. Das ist ein wichtiger Teil davon, um Arbeitsplätze zu sichern, neue Arbeitsplätze in den nächsten Monaten und Jahren zu schaffen. Aber das alleine wird nicht ausreichen. Ergänzend dazu braucht es gezielte Beschäftigungsprogramme. Gezielte Programme, um die Menschen, die es nicht aus eigener Kraft in dieser Krise schaffen, zu unterstützen und ihnen wieder eine Chance am Arbeitsmarkt zu geben. Und diese Chance, so ehrlich muss man sein, diese Chance muss man den Menschen geben, weil sie haben sie nur durch die öffentliche Hand. Die öffentliche Hand kann ihnen in dieser Krise diese Chance geben und deswegen schlagen wir heute eine Joboffensive für Langzeitarbeitslose vor. Damit wollen wir, dass 40.000 sinnvolle und neue Jobs geschaffen werden für Langzeitarbeitslose, die auch einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Diese Jobs und diese Arbeit, die damit erledigt wird, hat einen gesellschaftlichen Mehrwert, einen Mehrwert für uns alle. Diese Aktion hilft damit nicht nur einzelnen Menschen, die von Arbeitslosigkeit, Beschäftigungslosigkeit betroffen sind. Nein, sie hilft auch ganzen Gemeinden, die in dieser Krise ja auch stark finanziell betroffen sind. 40.000 öffentlich finanzierte neue Arbeitsplätze in öffentlichen Einrichtungen einerseits, aber auch in gemeinnützigen Vereinen. Das soll durch diese Jobaktion gezielt in den nächsten Jahren geschaffen werden. Hilfe wird vielfältig benötigt. Diese Arbeit, die damit durch diese Menschen erledigt wird, die braucht es. Die braucht es und da geht es nämlich von Unterstützungsleistungen für pflegebedürftige Menschen in Gemeinden bis hin zu Grün- und Parkflächeninstandhaltungen oder gerade aktuell auch Unterstützungen im Bereich von Impfstraßen oder auch Teststraßen. Auch da braucht es jede Hand und auch das wären sinnvolle Einsatzgebiete. Zusammengefasst, Menschen, die trotz aller Bemühungen über ein Jahr keinen Job finden, brauchen unsere Unterstützung und sie brauchen eine ehrliche Chance. Wenn sie zum Beispiel in Gemeinden dann wertvolle Arbeit leisten und dafür auch ein Geld bekommen, dann ist allen geholfen. Diese Jobaktion gibt Perspektive, Chancen und Zuversicht. Davon bin ich fest überzeugt. Und deshalb werden wir am Mittwoch in der kommenden Nationalratssitzung auch einen entsprechenden Antrag zu dieser Jobaktion einbringen. Und wir laden sehr konstruktiv die Bundesregierung ein, mit uns in den nächsten Tagen und Wochen dazu in Verhandlungen zu treten, Gespräche zu führen, damit wir gemeinsam diese Chancen und Zuversichten schaffen für die Menschen in Österreich, die es aus eigener Kraft nicht schaffen. Vielen Dank. Die Aktion 20.000 war konzipiert für zwölf Monate für alle Gemeinden in Österreich. Unsere Variante Aktion 40.000 ist für zwei Jahre konzipiert. Der zweite Unterschied. Die Aktion 20.000 war mit 100% Lohn- und Lohnnebenkosten für zwölf Monate garantiert für die Gemeinden. Unser Modell sieht vor, eine volle Finanzierung im ersten Jahr, wo wir uns dann in Etappen zurückziehen in eine Kofinanzierung, bis hin nach 24 Monaten der Ausstieg aus der Kofinanzierung. Warum? Weil wir aus der ersten Aktion sehr wohl mitnehmen durften in der Evaluierung. Dass mehr als wie ein Drittel der Menschen, die die Gemeinden dort beschäftigt haben, nach Abstellen der Aktion in Beschäftigung geblieben sind. Was uns noch unterscheidet zur Aktion 20.000 mit diesem Vorschlag der Aktion 40.000, es geht hier um alle Altersgruppen. Nicht nur über die über 50-Jährigen wie bei der ersten Aktion, es geht um alle Altersgruppen. Um alle Altersgruppen, welche seit mehr als wie zwölf Monaten eine Beschäftigung in diesem Land suchen. Und ich glaube, dass das auch dringendst notwendig ist, dass wir endlich die Bundesregierung wacher rütteln und dafür sorgen, dass es wirkliche, aktive Beschäftigungspolitik in diesem Land gibt. Der Kollege Muchitsch hat es schon gesagt, auch unser Parteivorsitzende, die Regierung wartet, die Regierung wartet, die Regierung wartet. Sie betreibt eine Vogelstraußpolitik, verlässt sich auf den freien Markt. Aber es wird Zeit, dass der Staat Verantwortung übernimmt. Verantwortung für ihre Menschen, Verantwortung für Menschen, die beschäftigungslos sind, für Menschen, die gerne arbeiten würden, aber auf dem freien Markt die Chance nicht mehr haben, Arbeit zu finden. Und deshalb, glaube ich, ist es umso wichtiger, nicht zu warten, sondern jetzt aktiv zu werden und jetzt dafür zu sorgen, dass Menschen auch wieder in Beschäftigung kommen.